Heeeeh-heeeeh-hey-hey-hey-hey-hey-heeeh Wala Magolis, meine Wölfe und Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das das letzte wird, aber.. Für mich war gerade das letzte, dass ich nochmal den Höhlenhamster killen musste. Diesmal war es irgendwie leicht. Ha! Gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Oder wer uns jetzt erwartet. ja hier kommen wir nicht drüber vielen dank fürs zuschauen und wir können moment schrei mir nicht an wer auch immer du bist ich will nicht die schwarze mich wieder schrauben ich weiß dass du mit den deuten sicher bist ich kann Hela's Gäste zu fühlen, sie suchen hinter mir Sekreter, die sogar ich kann nicht sehen ich bin nicht hier um meine Vergangenheit zu finden Ich bin hier für Dillion. Tatsächlich, man muss das fokussieren. Fucking hell. Wir müssen alles neu machen. Alles. 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 Wir müssen jede Ruhe neu fokussieren. Yeah. Das sind 26 im Futter. Das sind Schweigerfunk. Fuck you, Game. Du hättest was sagen können. Hättest du was sagen können wie, Fokus. Das sag's mir eh ständig. Und du Stimme. Und du Stimme. Und du Stimme. Und du Stimme. Ich hättest was sagen können. Du halt jetzt die Klappe Stimme. Du hast mir vorher auch nichts gesagt. Haltet jetzt einfach mal an die Klappen. So. Das Spiel ist ruhig. Einfach mal am Mute-Knopf gedrückt. So. Jetzt wieder an. Richter ich was verpasse. Halt die Klappe. Guck mal. Ich hab' dich gebetet. 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 Also, getan. Noch was? Das müssen wir dann von irgendwo anders machen? Wer baut sowas? Fokus. Meine Güte. Okay. Was für deine lauflastige Folge. Wieder ein bisschen Sport nach dem Gemetzel. Können wir bitte einen Sprint-Button einfügen, der effektiv auch etwas bewirkt? Bitte. Guck mal, das ist normal. Ah! Das ist nicht normal. Ups. Steuerung. Stimmt. Schon wieder Schiff. Sag was. Wisst ihr noch? Könnt ihr jetzt? Schwerter laden. So. Und dann. Bäm. Okay. Ich muss mich kurz wieder reinfügen in dieses Spiel. Äh, oder? Komm, steh auf. Bäm. Das meinte ich damit. Es knallt einfach mal so richtig geil. Oh, diese Musik. Wir kämpfen jetzt einfach 10 Stunden nur, weil ich diese Musik so liebe. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es Wadruder ist. Geht ihr Wadruder? Nein? Ich lerne sie kennen. Bitte. Ultimate. Fokus. So. Frage, wie oft wollt ihr noch Behind You sagen? Ach. Wir haben schon Schlimmeres geschafft. Haben wir? Haben wir? Haben wir was Schlimmeres schonmal geschafft? Als 5000 Viecher, die uns töten wollen? Und alle im Kreis um uns rumstehen? Hast du dir immer noch nichts eingezogen? Ich habe nichts gesehen mit diesem Laserschwert. Noch was? Oder war es das schon? Wie wird sie das tun? Kein Spiel für mich. Wie wird sie das tun? Wie wird sie das tun? Ah, jetzt ist alles offen. Woher hat das nichts mit den Zellen? Jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt bin ich auch wach. Jetzt können wir mal loslegen hier. Hast du nicht gerade gesagt, du bist wach? Ja, gib Ruhe. Sie kann ihn nicht mit dem Schlimmeren. Sie ist in der Strecke. Was ist das? Ich habe ein Jedi Lichtschwert. Hallo? Ich bin quasi Obi-Wan Kisenua zum Beispiel. So ein bisschen. Was ist das? Ich bin ein Jedi Lichtschwert. Aber es ist alles, was sie geben muss. Sie hat eine Warrior-Song. Ich kann es sehen. Sie kann nicht über die Branche. Es ist Pekanon. Sie ist ein Jedi-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser-Dieser. Was ist das? Die Branche. Sie kann nicht über die Branche. Es ist Pekanon. Sie muss es fixieren. Es ist zu gefährlich. Sie hat es vorhin gemacht. Du musst sie kämpfen. Die letzte Branche. Okay? Wir sind zurück. Es ist die letzte Aufgabe. Ja, es ist. Das ist nicht nur eine geschlossene Branche, ist es? Wir müssen jetzt da hoch? Müssen wir jetzt da hin? Was ist hier? Aha! Wir müssen jetzt fokussieren. Wir müssen jetzt fokussieren. Wir müssen jetzt hier. Wir müssen jetzt hier. Und wir müssen neue Reise in dem Unklar. Oh, weißt du was? Was ist da? Das ist die Brücke, von der wir gekommen sind. Und unsere Aufgabe. Ich werde nicht mehr schaukeln. Ich werde nicht mehr Angst haben. Die Midgard-Schlange wird die Wälder aufrufen. Egal, als wir schreien und schreien die Hörer mit ihren schwarzen Becken schreien. Das Schiff des Todes wird aufrufen. Die Midgard-Schlange wird sich quasi um die Erde schlingen und wird gegen Thor kämpfen müssen. Fenris wird frei kommen und Odin verschlingen und Heels Schiff wird loslegen. Sie kann das tun. Sie kann aufrufen. Oh mein Gott. Sie ist so speziell. Sie ist so speziell. Sie können auf ihren Schrauben schlafen. Sie kann nicht schlafen. Sie können sich auf ihren Schrauben sehen. müssen wir nur die richtigen teile raus piekseln oder oder nicht fragezeichen da hinten sind die teile das heißt wir müssen von irgendwo da oben gucken wie komme ich dahin was übersehe ich wo ist die leiter ich weiß ja der leiter richtig focus und sagt mir bitte darum waren wir gerade doch moment war wieder um wir waren hier aber ich meine dahin oder kann man da nicht gehen wisst ihr was wenn ich das jetzt nicht kerten soll wird das eine neue folge doch nicht traurig sein gibt ja ein abo button hilft man nicht vergessen abo button gegen demenz sozusagen können wir können wir von hier nicht einfach sagen wir mal so ein bisschen schon mal näher ja ach ja drückt mir mal den kleinen anti demenz betten und lasst mich doch mal vom nichts mehr wieder von euch hören ich geh jetzt nach der oben weiß noch nicht wie aber ich geh jetzt nach oben vielleicht daher wo wir hergekommen sind was passiert wenn ich das hier aufdrücke testen wir sind in der hölle gefahren gibt schlimmeres auf jeden fall das da fokussieren wir uns jetzt gleich mal rein die brückenteile dahin das kriegen wir schon irgendwie hin ich lauf dahin wir sehen uns da wieder oder für zuschauen da kann die neuen abos noch mal und seid ihr willkommen bleibt hier habt mich lieb nein habt mich nicht lieb macht was ihr wollt aber gebt mir ein eis wir sehen uns im stream wann auch immer macht den tag zum schützen eures und zwar ebensohn wadda da heris und ja warf ready aim fire Bis zum nächsten Mal.